Musik Legends Rising Reawaken What the fuck, wir kriegen einen weiteren Gohan? Ich bin aus dem Häuschen, Leute, wir bekommen morgen Son-Gohan, Erwachsenenform, schon mal cool, und er kann sich im Kampf durchs Drücken der Hauptfähigkeit in den ultimativen Son-Gohan verwandeln, what, ich will ihn haben, ich will ihn haben, dazu auch noch Absurbation von Gotenks Super Buu, what, der ist komplett neu für uns, hatten wir noch nie, geil, wir haben den Extreme Dabura, freue ich mich auch, ich liebe Dabura, ich kann ihn nur in keinem Team spielen, Dabura auch geil, oh den Son-Goku, reden wir bitte nicht über den Son-Goku da unten, Extreme, den haben wir nicht gesehen, denn wir wollen keine Gokus mehr, aber wie geil sind die drei Helden, wie geil sind die drei Helden, natürlich kann man jetzt ein Kritikpunkt auf jeden Fall sagen, es ist schon wieder ein Legends Rising Banner, bedeutet keine garantiertes Parking, keine Tickets, die man farmen kann, um eben eine garantiertes Parking zu bekommen, wie es auf den anderen Bannern war, den UST-Bannern, ich glaube die heißen so, ähm, es ist halt schon wieder ein Banner wie bei Tourless, Tourless Turls, aber, aber es ist doch geil, es ist doch geil, natürlich, ja, es gibt noch einen Punkt, den man sagen kann, es gibt schon einen Ultimate Gohan, ne, ein ultimatives Gohan, aber, nicht mit Verwandlung, es ist schon hunderttausendmal geiler, wenn man im Kampf ist, hart rein fightet und nach ein paar Sekunden, BAM, Hauptfähigkeit aktiviert und in den ultimativen Modus geht, das ist schon geil, das ist ein großer Unterschied, meiner Meinung nach, meines Empfindens nach, ist es ein riesen Unterschied, ob man von Prinzip her, also vom Haus aus schon, einen Super Saiyajin Blue zum Beispiel spielt, oder wie in Dokkan Battle, ähm, rundenweise vom Super Saiyajin zu Super Saiyajin 2, zu Super Saiyajin 3 und so weiter hoch geht, ist ein komplett anderes Gefühl, als wenn man direkt reingeht mit einem ultimativen Move, aber was dieser Gohan auch bedeutet, das Halb Saiyajin, beziehungsweise Hybrid Saiyajin Team, wird wieder weiter hart verstärkt, wird wieder besser und besser spielbar, finde ich mega geil, plus dazu, nicht nur, ähm, ich hab so, was mich wundert, ich hab alle Hybrid Saiyajins, die es gibt, ne, in Sparking, also für mich ist dieser Gohan ein Jackpot, ne, dann, was man nicht vergessen darf, aber auch, Gotenks, ähm, Bu ist auch ziemlich geil, für das Erneuerungsteam, beziehungsweise für das Regenerationsteam, denn der blaue Kämpfer dort kann auf keinen Fall schaden, natürlich Super Baby ist ziemlich krass im Regenerationsteam, Erneuerungsteam, wie auch immer, aber es geht besser, es geht auf jeden Fall besser, denn er ist ein Verteidiger, ne, also er ist nicht der krasseste Damage-Dealer, als Unterstützer, meine ich, Entschuldigung, er ist nicht der krasseste Damage-Dealer und ich denke, der kann ganz geil reinhauen, unser Bu, und wir haben ihn noch nicht. Den einzigen Bu, den wir haben, der was absorbiert hat, ist der Bu, der Gohan absorbiert hat, ähm, Absorbation von Ultimative Person Gohan, aber wir haben nicht den Absorbation von Gotenks, finde ich also geil, wir bekommen einen neuen Regenerationshelden, der brauchbar ist, in der, der war doch blau, oder? Sauf ich jetzt, Moment mal kurz, bevor ich mir einen Scheiß erzähle, der war doch blau, oder? Es ist früh am Morgen, es ist früh, ja, er ist blau, okay, alles okay, er ist blau. Sehr gut, also, eine neue, eine neue, weitere Karte, um das Regenerationsteam zu verstärken und in der Meta weiter nach oben zu bringen, genauso wie Gohan, um das Halbseite-Team zu verstärken und auch das in der Meta wieder nach oben zu bringen, damit nicht immer nur Gotkey gespielt wird, Future oder fusionierte Kämpfer, finde ich mega geil, ich bin aus dem Häuschen. Es gibt leider, bis zum jetzigen Zeitpunkt der Videoaufnahme, kein Gameplay von den beiden auf Twitter von Bandai Namco, also, beziehungsweise von Dragon Ball Legends, aber, scheißegal, ich freue mich drauf, Leute. Was halt, wie gesagt, ein bisschen wehtut, es ist ein Legends Rising Banner, wenn du aber dort eine Sparking ziehst, die immerhin eine 10% Chance hat, wie man auch bei den anderen Bannern sieht, die wir derzeit haben, wie bei Tarlas, Tuels, wie auch immer, sieht man auch 10% Chance, 10 verschiedene Sparkings, ne, ist not bad, trotz dessen hätte ich mal wieder gern Tickets gefarmt, um mir sowieso ein Sparking zu gönnen, ne, aber ist halt Sache, ist halt Ansichtssache. Leute, ich will unbedingt wissen, was sagt ihr denn zu Gohan und Go, äh, Bu, der Gotenks absorbiert hat und der kommt morgen am Freitag, WTF, müssen wir ein YouTube-Livestream-Opening machen, müssten wir ein YouTube-Livestream-Opening machen, aber, während ich hier meine 20-Cycle-Stall jetzt hier, kurze Notiz, was bedeutet das eigentlich, ein YouTube-Livestream-Opening im Vergleich zu einem normalen Opening? Leute, ich habe einige, ähm, die in den Kommentaren gemeckert haben beim letzten Dockern Battle-Opening-Livestream, ihr müsst das verstehen, es ist ein großer Unterschied zwischen einem Live-Opening, wo ich mit euch rede, im Chat nebenbei, und dann natürlich das ganze Opening viel länger dauert, als wenn ich einfach nur alleine hier sitze, so wie jetzt, ach, Gerelin, wenn ich alleine hier sitze, so wie jetzt, und einfach nur ein Video aufnehme, dann wäre natürlich vielleicht das Dockern Battle-Opening 10 Minuten gewesen oder so, oder 12 Minuten, was auch immer, aber wenn ich nebenbei mit dem Chat rede, und das ist halt logischerweise normal bei einem Live-Opening, wir wollen ja auch ein bisschen, ähm, kommunizieren, ein bisschen Spaß haben, ne, ein bisschen Unterhaltung haben, und nicht einfach nur stumpf auf einen Knopf drücken und hoffen, dass was dabei rauskommt, ne, Also, wenn ihr ein Live-Stream-Opening haben wollt von Gohan und Gotenks, seid euch bewusst, also Gotenks-Buh, ne, seid euch bewusst, äh, dass ich halt zwischendurch viel quatsche, das ist halt bei einem Live-Opening so, ganz einfach, Leute, also, haut's mal in die Kommentare, wollt ihr morgen, Abend, ein Live-Stream-Opening zu den zwei neuen Charakteren, uh, wie geht da für Diana, Kurs geht raus, ähm, wollt ihr eins, ja oder nein, haut's mal in die Kommentare, ich kann ja nicht abstimmen, Daumen nach oben geht auch, aufs Video, dann weiß ich auch Bescheid, ne, und dann können wir uns ja überlegen morgen, ob wir am Abend dann ein geiles Live-Stream-Opening wieder gemeinsam machen, natürlich können wir jetzt nicht 12.000 Zeitkristalle rausballern, ich hab derzeit auch nur 4.000, ich weiß auch nicht, wie viel ich ausgeben werde, wahrscheinlich eher so 3.000 Zeitkristalle, es gibt auch keine Shop-Angebote, ähm, morgen und so weiter, also ist schon teurer Spaß, aber wie gesagt, für euch, ich würde ein Opening machen und mit euch nebenbei quatschen, aber ihr müsst kapieren, Live-Opening, da wird halt viel geredet, das dauert halt viel länger, aber wer guckt sich denn ein 5-Minuten-Opening an, wo jemand einfach nur stumpf auf den Bildschirm rumdrückt und 12.000 Zeitkristalle rausballert, das ist mega langweilig, man braucht doch die Unterhaltung dazu, aber eure Entscheidung, ab damit in die Kommentare, ich hab Bock auf Gohan, die er sich verwandelt, und ich hab Bock auf Gotenks, ähm, auf Superbook Gotenks, da fliegt sogar mein Headset runter, und ich hab sogar ohne Scheiß Lust auf Xtreme Dabura, ich hoffe, der ist wenigstens spielbar irgendwo mal, ich vermisse Dabura, ich mag ihn, ein Herr der Unterwelt, Leute, stellt euch vor, irgendwann kommt Hova, Mira und Demigra zusammen mit Dabura, BÄM, mein Team ist dann da, den Zeitpunkt muss ich leider abwarten erstmal, aber ich freu mich den Arsch weg, Lashens, gib mir da ein bisschen Gas, es kommt ja auch am 10.8. nicht zu vergessen, die Hitzewellenbanner, wo man kostenlos ziehen kann, und so weiter, und so weiter, Leute, Leute, ich glaube, wir holen gerade das zweite Jubiläum ein bisschen nach, Meinungen unbedingt in die Kommentare zu diesen News, ich bin aus dem Häuschen, wie ihr merkt, obwohl ich gerade erst aufgestanden bin, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute, wir sehen uns später wieder im nächsten Video, jetzt auf der Endcard auch noch weitere Videos, einfach draufdrücken, Spaß haben, abonnieren, um nichts zu verpassen, ganz wichtig, haut rein und ciao. Musik 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 Musik